Mein zweijähriger Sohn hat ultra Spaß am Malen. Er hat eine eigene Staffelei und weiß ganz genau, wie man alles vorbereitet. Dann beginnt er hochmotiviert mit dem Malen und benutzt am liebsten alle Farben. Während er malt und mein kleiner ist, beginne ich meine TikTok-Videos zu drehen. Ich nutze da jede freie Sekunde. Zwischendurch holt er alle seine Tiere und dann ist Baden angesagt. Das macht ihm auch richtig viel Spaß. Dann mache ich weiter mit den Filmen und zwischendurch darf natürlich das Spielen nicht fehlen. Dann macht mein Sohn die letzten Details im Bild und dann will er natürlich alle hochmotiviert sein Bild zeigen. Und im nächsten Video zeige ich euch das Ergebnis vom Dreh.